Hallo Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr ein Video, äh, ein Video, na toll, ja, sorry, wie ihr den Skin in Minecraft ändern könnt. So, ich hab zwei Seiten, die ich euch zeigen kann, ja, dann fang ich jetzt mal an. Dann, die erste Seite ist minecraftskins.com, also ich glaube, die kennen ganz viele, ey, hier ist es ja schon, kein Plan, wieso. Na, 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 muss ich kurz warten, wieso ist das heute so langsam? Auf jeden Fall, die sieht so aus, die wurde neu gemacht anscheinend, früher sah sie auch anders aus, mal. Ja, hier gibt's sehr viele Skins zur Auswahl, wirklich sehr viele. Ja, da kann man hier sich berühmte aussuchen oder einfach hier oben bei Suche was eingeben. Was könnte ich jetzt mal eingeben? Was fällt mir grad so ein? Ja, so, geben wir einfach mal Creebe ein. Oh. Ja, schön. Ich hab hier, glaube ich, auch mal einen Creeper gesehen, der ziemlich, da ist er. Den nehm ich jetzt einfach mal, weil der mich interessiert, weil der sieht ja wirklich fast wie ein echter Creeper aus. Ja, wenn ihr euch einen ausgesucht habt, dann ist das eigentlich sehr einfach zu downloaden. Hier haben wir den Skin. Dann sind hier zwei Pfeile. Dann klickt auf den Pfeil hier unten. Download to Computer. So. Ich speichere mal gleich alles auf den Desktop, weil es einfacher hat, darauf zuzugreifen. Abgeschlossen. So. Hier. Hier ist er. Tada. So. Ich... Hab ich am Anfang zwei gesagt? Ach ja. Am Anfang hab ich zwei gesagt. Die zweite Seite zeig ich euch jetzt mal schnell. So. Die müsste ich hier noch theoretisch im Verlauf haben. Ähm. 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 Wo ist er denn? Jo. Wo ist er denn? Hä? Lol. Wartet mal. Anscheinend ist die jetzt hier nicht vorbei. Äh. Nicht vorbei. Nicht drinnen. Boah. Denn lassen wir das mal. Wie hießen die Nummer? Ich hab sie nämlich... Wie schreib man denn die Seite? Weiß ich gar nicht. Mal gucken, ob das hilft. Ne. Hilft natürlich nicht. Na. Ich kann den Link einfach denn nochmal reinstellen. Und dann mach ich einfach nochmal ein extra Video dazu. Ja genau. Ich mach einfach ein extra Video dazu. Aber jetzt zeig ich euch erstmal, wie ihr den Skin einfügt. So. Als erstes. Auf falscher Ordner. Geht ihr auf Start. Dann gebt ihr unten bei der Suche ein. Dann gebt ihr unten bei der Suche ein. Wieso klappt das jetzt nicht? Keine Ahnung warum du unten jetzt keine Schrift ist. Ausführen. Dann klickt ihr drauf. Dann öffnet ihr sich hier so ein kleines Fenster. Dann gebt ihr ein Prozent. Appdata Prozent. Und klickt OK. So. Dann öffnet sich der Roaming Ordner. Da müsst ihr jetzt die Punkt Minecraft. Den Punkt Minecraft Ordner sucht. Hier ist er. Geht ihr rauf, so. Dann, um den Skin einzufügen. Müsst ihr in den Ordner bin. Und die Minecraft Jar mit Windera öffnen. Mit Windera öffnen. Ja. Ja. Okay. So. Hier ist er offen. So. Und ich hab den Pokémon Mod installiert. Wie man sieht hier vielleicht. Ja. Dann sucht ihr den Ordner Mob. Da ist er ja. Da sind nämlich die ganzen Skins für die ganzen Tiere und Monster so gespeichert. Und der Skin von den Typen, den ihr spielt, heißt Schar. Da ist er ja. Als erstes, um den Skin einzufügen, den ihr euch ausgesucht habt, müsst ihr ihn erstmal umbenennen. Und zwar einfach auch auf Schar. Das Punkt PNG braucht ihr nicht. Ist unnötig. Bei manchen kann man den jetzt hier einfach reinziehen. Bei mir klappt es irgendwie nicht mehr. Und bei denen, wo es auch nicht klappt, geht ihr einfach auf hinzufügen oben. Klickt hier hin. So. Da ist Desktop. Sucht das Bild. Da ist es ja. Und fügt es ein. So. Das müsste es gewesen sein. Da. Jetzt öffne ich Minecraft. Den Namen und so hab ich weggemacht. Einfach nur aus privaten Gründen so. Weil ich will nicht wissen. Äh. Ich will nicht wissen. Ich will nicht, dass jeder weiß, wie ich heiß. Blablabla und blablabla. Das war mir eigentlich recht egal. Aber ich hab's einfach mal gemacht. Weil wer weiß, was manche böse Leute damit anstellen. Wow. Was ist denn das? Die Seite kenne ich ja noch gar nicht. Mir ist egal. Spielen wir mal offline. Einfach ganz schnell jetzt. So. Zack. Da. Im Hintergrund ist bestimmt irgendwie noch ein Ordner offen. Keine Ahnung, wieso. So. Geschlossen haben wir es jetzt. Wieso ist der jetzt so langsam? Ach nee. So. Den hab ich jetzt einfach mal hier in der Welt vorbereitet. Oder nicht vorbereitet. Da hab ich gespielt im Moment. Noch gar nichts gemacht. Blablabla. Wie ihr seht, geht's. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen. Tada. Ich bin ein Creeper. Und anscheinend schwäbig. Auch schön zu wissen, dass man über dem Boden schweben kann. Schwäbe ich wirklich oder hab ich mich jedenfalls sehen? Ich seh das jetzt gar nicht so. Anscheinend durch den... Nö. Kein Plan. Ist mir jetzt auch egal. Jo. Das war's. Doch, ich schweb. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder ich euch nochmal helfen soll, schreibt ihr es einfach in die Kommentare. Oder schickt mir eine Nachricht. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.